Freunde, es geht weiter mit dem zweiten Teil vom Saufluencer Kinderserien erraten. Ja, wir haben den ersten Teil ja schon gemeinsam geschaut, auch auf YouTube habe ich das hochgeladen und heute gibt es den zweiten Teil davon. Wir haben eine Wette auf Twitch mit den Leuten veranstaltet, ob ich mehr als 50% schaffe. Das heißt, es gibt 22, haben wir gerade gesehen, das heißt, ich muss mindestens 12 auf jeden Fall schaffen, dass ich mehr als 50% habe. Starten wir durch mit den Kinderserien-Intros wieder mal. Das ist Filmmore. Oh, Filmmore ist auch eine sehr geile Serie gewesen früher, ja, das muss man so sagen. Neues vom Süderhof. Hä? Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Ja, wunderbar. Ja. Helfen der Elfen und so weiter, bla bla bla, ne? Kennt man doch. Ja, Cosmo und Wanderer, wenn Elfen helfen, Elfen der Elfen, was auch immer. Ah. Nein, was war das? Willi will's wissen. Das ist doch Willi will's wissen, oder? Ja. Will's wissen. Willi will's wissen. Ja, Alkali, meine lieben Freunde. Oh, ich schwitz ja. Leck mich. See, somehow the wind has changed for me, and it's so wonderful. Danke. Da ist mein Geld weg von der Monetarisierung. Alkali, ich muss das Reboot. Kam das Reboot schon mal auf Deutsch jetzt raus? Avatar, der Herr der Elemente. Heute haben wir ja sehr viele legendäre Serien. Das muss man sagen. Sehr viele legendäre Serien. Ich bekomme Gänsehaut von diesem Intro, wirklich. Es ist... Drei, zwei, eins. Einfach genial. Jimmy Neutron. Das hat jetzt gerade kurz gedauert. Habe ich kurz gebraucht. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, das Intro. Tatsächlich. Tatsächlich. Na, keine Ahnung. Chip und Chap, oder was? Ist das Chip und Chap? Ja. Ja, super. Den Teil hätte ich gebraucht. Daddy Bear? Keine Ahnung. Benjamin Bear. Pokémon! Oh, da hat es gerade kurz übersteuert. Entschuldigung. Bestes Sein. Ja, vor mir. Wah. Also dieses Mal ist es echt einfach, muss man sagen. Ja, ja. Good old. Das wird auch ein Copyright Claim geben, schätze ich mal, oder? I think so. What? Oh mein Gott, ja, okay. Adventure Time habe ich nie geschaut. Ah, Simpsons. Das sind die Simpsons, meine lieben Freunde. Kennt man doch. Pumuki. Habe ich aber auch nie geschaut, ganz ehrlich. Und was wird das jetzt? Naruto, oder was? Heidi! Ich habe es komplett vergessen, dass es das gab. Oh, das müssen wir unserem Kind auch unbedingt zeigen. Heidi! Heidi! Okay, reicht dann auch wieder. Ich weiß nicht mal, ist das Fenster offen? Ich glaube, das Fenster ist offen. Ist das Johnny Test? Ah ne, American Dragon. American Dragon. Ich glaube, blöd. Oh, das war so eine geile Serie. Ich hatte ein DS-Game dazu. Kennt ihr das, das DS-Game dazu? Echt cool. Ungeheuer. American Dragon. Ja, Kaiju. Gibt die CD zu Heidi komplett für 20 Euro? Oh, geil. Richtig cool. Komm doch und spiel mit mir. Ich bin Kaiju. Oder kennt ihr in einem Land von unserer Zeit? Littlefoot und so? Habe ich auch erst mal vor kurzem gesehen. Da gibt es auch eine komplette Box mit allen Filmen auf Amazon. Das ist... Digimon? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Wirklich? Oh, lol. Das war wirklich Digimon. Geil. Habe ich aber auch nie gesehen. Alf? Okay. Was auch immer. Einstein. Schloss Einstein? Ja, keine Ahnung. Okay, nee. Zählt nicht. Zählt nicht. Ist das Lilo und Stitch? Ja, das ist Lilo und Stitch. Ja. Wurpa, wurpa. Aber der Pokémon Fake. Auch eine sehr, sehr coole Serie. Ja, ist komplett verschollen, ne? Ja. Ach so. Darkwing Duck. Okay, ja. Keine Ahnung. Ja gut. Alles klar. Das entspanntes Quiz auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Neun Fails waren es? Drei mehr? Okay. War gar nicht so weit weg davon dann, ne? Na, da draußen ist Klara. Könnt ihr die sehen? Na, egal. Upsala. Eine Minute, 37 Sekunden später. Upsala. Na, Kochschau. Na, sag mal. Ach, nö. Hab ich da irgendwas locker gemacht vorher? Ich hab das irgendwie überdehnt, glaube ich. Ich hab das schon nie überdehnt. Ihr kackt. continue. Gut. 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 Videos. UT